Ja, da wollen wir uns jetzt mal auf den Weg dorthin machen, so agil. Heute, wir wollten zu Vatras. Schnell mal schauen, wegen den Steintafeln. Jetzt warte mal. Ich habe noch eine Steintafel für dich. Gut. Hier, nimm ein paar Tränke als Belohnung. Oder noch irgendwas? Na, oder? Na, brauchen wir nix. Und wo sogt Kavalon noch? Ich habe das fehlende Ornament von Lord Hagen bekommen. Siehst du, hatte ich mir doch gedacht, dass die Paladines hatten. Aber der Mensch und das Tier führten Krieg auf dem Land Adanaus. Heil daran geben? Nix gibt's. Der Zorn der Götter war mit ihnen. Ja, da haben wir die Erfahrungspunkte gekriegt. Wie haben wir denn jetzt eigentlich? Können wir jetzt schon... Ach, es fehlt noch was. Denn mit den nächsten Fähigkeitspunkten werden wir mal die Sprache der Bauern lernen. Hier vom alten Volk. Und wir werden einen Bogen noch mal ausbauen. Da haben wir nämlich zur Zeit 20% beim Bogen. Denn wir treffen immer noch so beschissen. Und das werden wir noch ändern. Jetzt bin ich gespannt, ob wir da einfach so durchmaschinen können. Ich glaube, damit sind auf so einen Wächtertreffern. Okay. Noch mal auf die Kotten schauen. Oder Annick. Da haben wir... An Goblin muss reppen. Ja, doch. Verschwind. Noch mehr von den Kandidaten? Nick. Gut, also noch mal Kotten. Ja, wir müssen eigentlich nur noch geradeaus laufen, ne? Irgendwie. Rechts ist das Kloster. Da möchte man aber nicht. Ganz oben sehen wir einen Troll. Ganz rechts ist der Tempel. Und unten beim weiten Plateau muss halt auch noch was sein. Okay, wir rennen jetzt erst einmal da hinten. Das heißt, es heißt irgendwelche alten Bauwerke, also Mausoleum oder so Sachen oder Steinkreise, irgendwas muss da hinten sein. Sind wir da hinten nicht schon mal spazieren gegangen? Ich weiß das gar nicht mehr. Ach, da haben wir die die Kreaturen da. Und mit denen können wir es noch nicht anlegen. Ich glaube, wir speichern lieber mal. Bevor es Unglück gibt. Ach, du meine Fresse. Hauen die ab? Ich glaube, da müssen wir es gleich tot sein. Wenn wir da auch rumrennen. Ich glaube, das ist eine richtig beschissene Idee, was wir da machen. Was sind wir denn da? Ich glaube, das müssen wir mal austeilen, ne? Jetzt war ein Haupt da. Okay, wir haben es überlebt. Es war ja einiges hinter uns her. Jetzt, Moment einmal. Weg damit. Jetzt müssen wir mal da hier Heilpflanze und noch eine und Heilwurzel und Wolf. Wo sind wir denn da? Ach so, wir sind ganz in der Nähe, ne? Es muss da irgendwo schon sein. Jetzt haben wir mal hier das den Wohlerrad kaputt. Und da haben wir noch ein Zweiten. Okay. So, vielleicht einmal kurz heilen, ne? Weil wir nicht mehr so fit sind. So, hauen wir mal die Weidenbeeren rein. Und dann haben wir da Snapperkraut, Blauflieder und Heilkraut. Okay, speichern. Also, wie gehabt, das muss da irgendwo in der Nähe sein. Trott wo? Da haben wir auf jeden Fall Blutfliegen. So, Nummer eins. Und Nummer zwei. Oh, weia. Da haben wir einen Schattenläufer. Jetzt nur mal einen Blick auf die Kortenwerfer. Das muss mehr in der Richtung, oder? Nochmal. Oh, na. Beim Schattenläufer der Richtung muss sein. Ach, da haben wir was. Oder? Ist das ein Steinkreis? Oh, mit Goblinskeletten. Haben wir den dann sauber? So. Kurzer Prozess und weg sind's. Ein Glück, der wir den sauberkopf haben, oder? Weil ohne hätte man das wahrscheinlich wieder nicht geschafft. und jetzt steckt nicht für die 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 Waffen weg. Jetzt hat nicht weg damit jetzt so, jetzt hängt jetzt hängt irgendetwas. Ja, da sind wir schon wieder. Ja, da ist uns gerade gottik 2 abgestürzt. Ach genau, wir waren da bei dem Steinkreis, ne? oder so. So, jetzt machen wir hier. zack. So, der zweite bitte. Okay, also wie gesagt, ist uns da gott? gottik abgestürzt. mich nicht, oder? spinnt der? Okay, ich hoffe jetzt, das ist untote frei da. Aber ich glaube, dass jetzt gleich der Steinwächter kommt. Das hat er gekoßen. beim anderen Steinkreis, dass da noch gekommen ist. Da hinten haben wir Wölfe. Aber erst einmal sammeln wir da das ganze Zeigei. Weil wir das bestimmt noch brauchen. und da war Steintafel, ne? Und da war so, so, halt, wir wollten Dorfe. Ich glaube, wir speichern lieber gleich noch mal. Man weiß ja nicht, ob der ist so wirklich kommt.